ja Alessa feiert sich jemand herzlich konzern und betrifft oft im mit die drüben mit meinen wo ist neidbar happy birthday oder battlefield heroes kommt steigt allein ja gleich noch Mendo und ja super er hat auch das Geburtstagstich an um ja ich wünschte alles gute und um alles Gute für die Zukunft und sei bitte nicht so Geldgeil aber das hast du eh nicht also lass es einfach und jetzt fangen wir jetzt mal so und jetzt ich zeige jetzt einfach nur eine kleine Runde mit meinem Sniper weil ich euch jetzt sagen wollte dass ich also in Battlefield heroes sagen wollte dass ich ihm alles Gute wünsche ihm, ihr, sie, ach keine Ahnung und ja das T-Shirt das ist ja jetzt nett dass wir geschenkt haben weil mein größtes Battlefield Heroes Geschenk war dass ich die Bad Boy in der Claw gewonnen hab ja ich hab sie heute in der Claw gewonnen fuck nice geht da schon mal gut los hier ok jetzt sprinten wir hier um die Ecke hier fliegt irgendwo ein Garner noch oh ne der ist bestimmt schon tot ok gut kein Fein den ich jetzt wieder weggequickst guckst hier ein Lebenspunkt ein Lebenspunkt nein alt du Nades komm leck mir doch den Zehennagel alter hä warte mal ok das war jetzt irgendwie na gut egal ey was war das ach das ist das war das Geräusch von diesen ja komm doch um der Ecke oh man ey das das war das Geräusch von den Torten natürlich 1,2 ey komm das hat doch so nice angefangen der hackt bestimmt der hackt keiner kann mich so oft besiegen gut ist auch tot ah oh das war auch nice jetzt sieht es wieder gut aus und wer der Garner kommt jetzt wieder um die Ecke gesprintet dann sieht es wieder scheiße aus ok ich hab Durchschuss und die Batboy in der Hand jetzt kann eigentlich alles auf mich drauf zukommen ich bin unwesiegbar so gehen wir jetzt mal hier hinten rum na ich will den jetzt ah kommt bei mir ja das war sinnlos wissen der Land gelaufen schade es jetzt zu nice gewesen wenn ich die unsichtbaren jetzt auch noch getötet hätte so und gewahrt auch klein nein hätte die größte der Führer ist jetzt mal mehr ans warum kann man ah ich hab ich glaub der Typ hier hat sogar ein KD von unter 1 weil ich mich mit dem für Montages einfach so oft hochsprengen mit Nates und dann der Fallschirm sich einfach nicht öffnet warum kann man das denn nicht einfach ändern das ist doch bestimmt nicht so schwer man was war das jetzt oh wie geil ist das denn das war nice die Geschichte 4 3 ach so der wollte glaube ich ein Screenshot voll mitmachen dann halt nicht lass mich in Ruhe oh ich komme jetzt hier nicht drüber ich gehe weg nein die wollen mich vergewaltigen okay was hat mich jetzt schon wieder angeschossen oh ja das war das war so geplant eigentlich wollte ich jetzt aber oh nein der Ganner nee das war gar kein Ganner fuck yeah komm gut 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 oi 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 wo ist das Vieh hin schlecht gut also mein Aimless zu wünschen übrig nein das waren zu viele ich hab gedacht den kann ich da noch rausfokussen aber 8 zu 4 ist ja eigentlich akzeptabel bloß schade dass ich wieder scheiße aussehe wegen dem Typen der 6 zu 1 spielt Mist die Kack ey na na oh lol na komm ach komm ich scheiß drauf jetzt hier hä weißt du oh lol ich hab nicht mal den Kill bekommen na gut ich hab ihn eigentlich auch nicht verdient der kommt jetzt hier lang na komm ja na toll wenigstens hab ich ihm jetzt noch ein bisschen Leben bezogen komm komm krieg ich wenigstens Assist wegen Gift und so so ah der ist jetzt da mit Hälfte Leben ihr riecht es nach einem Airborne nein ach der ist auf die Fresse geflogen ja so sieht's aus wenn er falsch einmal nicht funktionieren will aber wenigstens hab ich noch mein 2er KD ficken wir sind was machen die eigentlich da hinten oh nein da war doch ein Mando dem hab ich 80 Leben gezogen der kann doch jetzt eigentlich nicht mehr viel haben ah komm da war er ja wie viel Leben hast du denn noch komm den will ich jetzt Airborne ja man du hast mein Airborne das tot versaut job ich will den haben ich will ihn jetzt so oh nein oh das wär's jetzt gewesen das wär's jetzt gewesen und jetzt hab ich das Ende verkackt Ficken nein nicht sterben nicht sterben nicht sterben ja ich hab ein hä wir hatten doch noch einen Punkt das Spiel müsste da jetzt eigentlich zu Ende sein oder oh sie Gegner ich hab dafür ihn getötet was soll das jetzt oh ich hab grad gedacht ich hab den gerade getötet oh nein ich hatte so schöne Chancen einen richtig nicen Abschluss jetzt hinzulegen ähm und ich hab's verkackt naja ich wollte euch bloß sagen morgen kommt eventuell Sniper Elite mit Fritz Jefferson zusammen und ja und ich hab die Waffe gewonnen und Happy Birthday Battlefield Heroes obwohl du es manchmal wirklich nicht verdient hättest Tschüss euer Fireflash Gamer